. Morgen. Morgen. Steht heute etwas Besonderes an? Heute ist Transporttag. Bedeutet? Die Gefangenen werden von verschiedenen Anschalten hin und her transportiert. Das bedeutet, heute ist besonders viel los in der JVA Wittlich, dem größten Gefängnis von Rheinland-Pfalz. Die Frühschicht beginnt für den Vollzugsbeamten Manfred Behringer morgens um Viertel vor sechs mit der sogenannten Lebendkontrolle. Sie müssen sich mit der Hand melden oder gerade guten Morgen sagen. War in Ihrem Dienst schon mal, dass jemand wirklich verstorben ist? Nein, ich hatte noch Glück bis jetzt. Das will man nicht, gell? Genau, aber das wird man bestimmt in seiner Dienstzeit erleben. 600 Gefangene sitzen in Wittlich ein. Hier Abteilung 5, U-Haft. Weshalb sind Sie hier in U-Haft? Genau, also Drogenhandel. Ich habe schon das Urteil bekommen, das sind acht Jahre. Es war etwas umfangreicher bei mir. Waffen waren im Spiel, solche Dinge. Ich habe mich damit abgefunden. Und ich bin generell ein politisch denkender Mensch. Manfred Behringer ist einer von 400 Bediensteten in der JVA Wittlich, dem größten Arbeitgeber in der Gegend. Wie seine Kollegin, Anna-Maria Luca. Die ehemalige Arzthelferin kümmert sich am Morgen um Drogenabhängige Gefangene. Guten Morgen. Guten Morgen. Rund 20 Gefangene bekommen eine Drogenersatztherapie gegen ihre Heroinsucht. Und das verringert jetzt nur die körperlichen Entzugserscheinungen. Ja, der Kopf spielt da halt auch eine große Rolle. Da müssen die halt schon ankämpfen gegen. Viele Gefangene haben Drogenprobleme, wenn sie in Haft kommen. Dankeschön. Tschö. Tschö. Der katholische Seelsorger Johannes Arnoldi kümmert sich um geistige und psychische Belange der Inhaftierten. Weshalb sucht jemand Seelsorger? Ganz normale familiäre Probleme. Gerade so bei den neuen Gefangenen und auch Ersttätern. Da spielt ganz oft die Rolle, wie geht es der Familie draußen. Und auch die Frage natürlich, was habe ich getan. Der Häftling Peter G. absolviert ein Fernstudium in Theologie. Hilft bei Gottesdiensten am Sonntag. Wie geht es voran mit dem Kurs? Ja, ich habe die ersten drei Kapitel, die sind natürlich immer so ein Thema. Wenn du da alleine auf der Hütte versuchst zu studieren, da fehlt einfach so ein bisschen auch der Austausch. Ich habe immer an Gott geglaubt. Ich bin katholisch erzogen worden. Aber, wie soll ich sagen, die Wirren des Alltags haben mir immer geboten, nie Zeit zu haben für die Kirchen. Meine Welt ist zusammengebrochen, als ich inhaftiert worden bin. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, die Trennung. Dann das Thema Drogen ist dann aufgeploppt. Und da bin ich tatsächlich in ein Loch gefallen. Und da hat mich die Seelsorge auch rausgeholt. Die haben mich da rausgefischt. Wenn ein Gefangener keine Hoffnung mehr hat, auch dass es nachher irgendwie vernünftig für ihn weitergeht, dann fällt er unter Umständen auch schon mal in Depressionen. Und klar, da sind wir noch mal besonders gefragt. Manfred Behringer bringt eine Gruppe Gefangene raus zur Arbeit. Zwischen 15 und 20 Euro verdienen sie am Tag, je nach Tätigkeit und Vorbildung. Und es bietet die Möglichkeit, für ein paar Stunden die Zelle zu verlassen. Zunächst umziehen. Jeder Gefangene hat seinen eigenen Kleidersack, bekommt Arbeitskleidung. Bei den Schuhen gehen wir von 37 bis Größe 50 mit. Ja, ist selten, aber man braucht schon mal ... Die Kleidung wird verplombt bis zum Abend. Denn diese Gruppe arbeitet außerhalb der JVA. In der nahegelegenen, anstaltseigenen Gärtnerei. Pflanzen, Blumen und zahlreiche Kräuter werden hier gepflanzt, gehegt, geerntet und schließlich im Hofladen an wittlicher Bürger verkauft. Jutta Bollig ist die Chefin hier. Viele haben dort schon so eine Hemmschwelle und sagen, okay, ja, Gärtnerei ist ja eigentlich ... Naja, ist ja nicht so das, mach daheim meine Frau. Aber man merkt dann schon, wenn die mal eine Zeit lang hier sind, die sehen, wie es wächst, die säen aus und sehen, wie die Pflanzen wachsen. Und dann merkt man schon, okay, das spricht die schon an. Die sind dann schon begeistert. Nicht nur Blumen und Kräuter, auch Kartoffeln, Gemüse und Eier gibt es in dem kleinen Laden zu kaufen. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke. Das wird alles in der Anstaltslandwirtschaft produziert. Gefangene aus dem offenen Vollzug wie Carsten P. arbeiten hier mit Landwirtschaftsmeister Rainer Arendt zusammen. Hier haben wir 0,6 Hektar Kartoffeln gepflanzt. Oberhalb sind die Speisezwiebeln, rot und weiße. Dann sieht man da die Möhren, dahinter sind die dicken Bohnen und hier rechts rüber sind alles Buschbohnen. Aber das Ungewöhnlichste sind wohl die 500 freilaufenden Hühner, die hier gehütet werden und täglich frische Eier liefern. Made in J.V. Erwittlich. Carsten sitzt wegen Betrug und Körperverletzung. 21 Monate. War das die erste? Die dritte. Die dritte Haft? Das ist auch das letzte Mal. Dreimal reicht auch. Gearbeitet wird aber auch direkt auf dem Gelände der JVA. Etwa in der Großbäckerei. 15 bis 17 Gefangene sind hier beschäftigt. Wir produzieren ca. 800 bis 1000 Brote am Tag, noch so zwischen 500 und 1000 Kuchen, 1500 Frötchen die Woche und je nach Bestellung ein Teilchen. Berliner Donuts, Quarkbällchen, kommt immer so ein bisschen auf die Bestellungen an. Alle anderen Haftanstalten in Rheinland-Pfalz werden von hier aus mit Brot versorgt. Außerdem gibt es eine eigene Polsterei und eine Wäscherei, die auch für Hotels in der Gegend Bettwäsche und Handtücher wäscht. In der Schreinerei arbeiten weitere 10 bis 15 Gefangene. Vorkenntnisse sind hilfreich. Ich habe Zimmermann gelernt. Deswegen liegt mir nahe, mit dem Holz zu arbeiten. Und dann war ich recht froh, dass ich hier in die Schreinerei gekommen bin. Von Gartenmöbeln bis zum Carport wird hier alles geschreinert. Sebastian Schell ist seit anderthalb Jahren in der Ausbildung zum Vollzugsbeamten. Ich bin jetzt schon immer überzeugt davon, dass ich hier den richtigen Platz gefunden habe und hier macht es auch Spaß. Wir haben ein super Umfeld hier mit den Kollegen und auch der Umgang mit dem Gefangenen, mit dem Gefangenen zu arbeiten, zu behandeln, macht einfach Spaß. Und es ist auch hier am Tag nochmal was Neues. Es passiert immer was Neues. Praxis und Theorie wechseln sich in der Ausbildung ab. Der Rufgang steht an. Immer wenn Kontakt zu Gefangenen besteht, tragen die Beamten dieses Personen-Notrufgerät, kurz PNG. Hier bei dem PNG haben wir einfach die drei verschiedene Funktionen. Das ist einmal die Funktion hier mit der Abrissschwür. Das heißt, wenn die entsprechend abreißt, geht ein Alarm durch an die Sicherheitszentrale. Genauso wie bei dem Druckknopf, hier den roten. Und da gibt es noch einmal den sogenannten Lageralarm. Und bei dem Lageralarm ist genau das gleiche Spiel. Wenn ich beispielsweise auf der Seite irgendwie liegen sollte, ja. Und dann wird die Sicherheitszentrale das schnellstmöglich mitbekommen. Können Sie uns erzählen, bei was Sie es schon mal benutzt haben? Ja, da sind Gefangenen auf mich zu, ja. Es ist entstand eine Diskussion zwischen uns beiden. Und von jetzt auf gleich ist der Gefangenen auf mich zugekommen. Wie es bei Ihnen auch schon eine unangenehme Situation erlebt? Ja, auf jeden Fall. Also Diskussionen entstehen öfter. Man hat definitiv erst mal Adrenalin und ist dann auch froh, wenn schnell die Kollegen da sind und einem dann Sicherheit geben. Aber das gehört halt hier dazu. Aufschluss zum Hofgang. Hallo. Hallo. Wir tasten die Gefangenen ab, damit sie keine verbotenen Gegenstände mit in den Hof nehmen oder auch für Tauschgeschäfte zu verhindern. Sei es Drogen, sei es aber auch so einfache Sachen wie eine Tafel Schokolade, um Schulden zu bezahlen oder ein Päckchen Tabak. Eine Stunde pro Tag hat jeder Gefangene Zeit für den Hofgang. Auf dem Gelände der JVA befindet sich neben dem Erwachsenenvollzug auch die Jugendstrafanstalt. Dann stehen Sie mal gerade auf, bitte. Wenn ich jetzt zu Ihnen sage, Hurensohn, dann? Ja, ist nichts mehr. Wie ist nichts mehr? Nee. Und? Schick deine Mutter. Guck mal hier, der kleine Wichser meint, er könnte uns einen vormachen, ne? Ja. Und jetzt? Und? Und jetzt? Hörst du ruhig, auch wenn ich dich anfasse. Warum? Ich hab daraus gelernt. Daraus gelernt? Ja, ich hab daraus gelernt. Sind Sie sicher? Und wenn ich noch ein bisschen weitermache? Immer noch? Ja. Wenn ich mal so mache? Immer noch? Gut, ja. Kein Druck irgendwie mir mal ... Anti-Gewalt-Training für Jakob. Zweieinhalb Jahre hat er noch vor sich wegen gefährlicher Körperverletzung. Ich war auf dem Weg nach Hause. Dann hat mein kleiner Bruder mich angerufen. Hat gesagt, ja, der will den einen die ganze Zeit dumm anmachen und so. Und schlagen und schubsen. Dann bin ich sofort da hingefahren und hab mir den geholt. Ja. Hab ich den geschlagen. Da hab ich einen Fausschlag ins Gesicht gegeben. Und dann war das schon vorbei. Immer wieder üben die Jugendlichen in solchen Trainings, sich zu beherrschen. Dann wird ein extremes Stresslevel für den Teilnehmer. aufgebaut. Wo wir dann schauen, wie geht er damit um? Hält er sich raus? Hat er seinen Impulse unter Kontrolle? Und so weiter. Die Straftaten ziehen sich oft schon seit einem sehr jungen Jahren wie einen roten Faden durch ihr ganzes Leben. Oft sind es die familiären Hintergründe. Oft haben die Kinder und Jugendlichen Gewalterfahrung schon in der Familie gemacht. Ciao. Alles Gute. Auch bei Jakob fingen die Straftaten schon mit 14 an. Hier in der Haft macht er eine Ausbildung. So wie diese Jugendlichen. Die wenigsten haben einen Schulabschluss. Viele haben vor der Haft lange auf der Straße rumgehangen. Ein normaler Tag morgens aufstehen, bis 12 Uhr schlafen, rausgehen, essen gehen, zum Friseur gehen, mit Kumpels treffen. Das war's halt. Rumhängen? Ja, rumhängen. Hans-Peter Steffes weiß, eine Ausbildung bietet eine wirkliche Chance auf Resozialisierung. Hier lernen sie zu erfahren, was es heißt zu arbeiten. Zu arbeiten und auch Sinn in der Arbeit zu haben. Und auch seinen Lebensunterhalt mit Arbeit zu bestreiten. Wichtig ist auch, dass die Jugendlichen nach der Haft ein neues Umfeld finden. Ich wollte von mir selbst, dass ich in ein betreutes Wohnen gehe. Dass ich den komplette Umkreis, da wo ich herkomme, wechsle. Dass ich einen neuen Umkreis bekomme und da meine Ausbildung mache. Also mir wurde schon geholfen von hier, dass ich einen Wohnsitz habe, ein betreutes Wohnen und meine Ausbildung machen kann. Oft reicht die Zeit in der Haft nicht für eine komplette Ausbildung. Aber auch eine Qualifizierung ist ein Schritt in Richtung einer besseren Zukunft. Im Jugendstrafvollzug steht der Erziehungsaspekt im Vordergrund. In Wittlich gibt es sieben solcher Wohngruppen. Das Paradoxe ist, je länger die Haftstrafe ist, desto größer ist oft die Chance auf eine erfolgreiche Resozialisierung. Transporttag. Aus der JVA Rohrbach kommen die Gefangenenbusse. Ständig werden Häftlinge verlegt oder müssen zu Terminen. Gibt es einen richtigen Terminplan, wie so ein Busverplan? Ja, wie so eine Linie kann man sich das vorstellen. Und wir werden, also jede Anstalt wird mindestens einmal pro Woche angefahren auch. Er wartet auf den Bus, muss zu einer Verhandlung nach Mainz. Urkundenfälschung, Betrug, gefährliche Körperverletzung, Körperverletzung, alles Mögliche. Strafregister ist voll. Die Karriere fing hier in dem Jugendbau an. Genau, und ja, da hat man sich Freunde aufgebaut. Die meisten Freunde sind alle Kriminelle. Und man kommt raus, man hat die meisten Freunde als Kriminelle. Und es geht immer weiter. Ja, so fängt die Karriere hier an. Genau, das ist jetzt sozusagen mein Job, kriminell zu sein. Ja, und ich darf mir einfach rausrufen, wenn ich rauskomme, was will ich jetzt machen. Ist es Betrug, ist es BTM, ist es was anderes, ist es Raub, egal was es ist. Ja, das ist jetzt mein Job. 28 Jahre alt ist er. Das Urteil, das ihn in Mainz erwartet, das könnten durchaus sechs bis acht Jahre werden, meint er. Gute Reise, mach's gut. Ciao, ciao. Abfahrt der Linie 54. In der Haftanstalt gibt es sogar ein kleines Krankenhaus mit 68 Betten. Alfred Häuser ist der leitende Anstaltsarzt. Heute steht eine Darmuntersuchung an. Der Patient leidet an einer Entzündung. Entscheidend ist natürlich, dass man mit den Menschen auch, dass man ausblenden kann, was sie getan haben. Es sind ja keine harmlosen Knäppchen, die irgendwann Blümchen gestohlen haben, sondern es sind Dinge, die im Hintergrund sind, die immer wieder schwierig sind. Und man muss auf jeden einzeln eingehen, auf jeden neu eingehen. Nie über einen Kamm scheren und sagen, das ist alles Kriminelle. 82 Jahre alt ist der engagierte Mediziner. Wir haben viele Menschen, die unter der Brücke geschlafen haben, die auch ganz arme Menschen sind. Und wenn ich dann genau frage, wie kommen sie dazu, dass sie so weit gekommen sind? Welche Krankheiten hatten ihre Eltern? Meine Eltern kenne ich nicht. Ich bin in einem Heim aufgewachsen. Und so geht es dann schon los. Und wenn man das mal ganz genau da vor sich sieht, dann hat man wirklich das Bedürfnis, dem Patienten zu helfen und ihnen das zu geben, was möglich ist. Zurück auf Abteilung 5. Manfred Behringer muss die eingehende Post kontrollieren. Was kontrollieren Sie? Wenn jetzt hier versteckte Drogen wären oder halt Sachen, die nicht in der JV erlaubt sind. Versuchen Sie immer wieder, aber deswegen sind wir hier und kontrollieren die Sachen. Nicht nur die Post wird durchsucht. Der Beamte Christian Weick auf dem Weg zu einer Haftraumkontrolle. Guten Tag. Ich mache gerade über Ihnen eine Haftraumkontrolle. Dazu möchte ich Sie bitten, gerade hoch zum Kollegen zu gehen. Gesucht wird nach allem, was verboten ist. Waffen, Handys, gefährliche Gegenstände, vor allem Drogen. Die lassen sich schmuggeln, indem man Papiere, etwa Briefe, mit ihnen tränkt. Das hier sind diese sogenannten Swaps, diese Papierteststreifen. Damit wische ich zu messen einfach über den dementsprechenden Gegenstand einmal drüber, sodass ein bisschen Substanz gelöst wird. Danach wird der Teststreifen in dieses Gerät eingeführt. Das Gerät erkennt automatisch Drogen aller Art. Weiche Drogen, in Anführungszeichen, weil auch diese synthetischen Cannabinoide eine sehr große Gefahr für die Gefangenen darstellen, da bei denen die Gefahr besteht einer Überdosierung. Systematisch geht der Beamte jede Ecke des Haftraums durch. Wir hatten letztes Jahr einen Pfund in der Toilette, wo Papierschnippschen in einer Plastikfolie unter diesen Stoppern versteckt waren von dieser Toilettenbrille. Also die Gefangenen sind dann doch teilweise sehr einfallsreich. Es ist im Prinzip ein Katz-und-Maus-Spiel. Die Gefangenen haben natürlich auch relativ viel Zeit, sich Sachen zu überlegen und dementsprechend müssen wir auf alles quasi vorbereitet sein. Kontrolle für heute beendet, nichts gefunden. Seit 1902 gibt es die JVA in Wittlich. Der Altbau zeugt noch davon. Hier spielte sich vor fast 50 Jahren ein Drama ab. Hans-Josef Wagner war damals als Beamter im Einsatz, als in der Zelle 31 Holger Mainz, einer der Terroristen der RAF, einsaß. 1972 war er verhaftet worden und ging hier in Wittlich in einen Hungerstreik. Wir haben ihm das Essen morgens, mittags und abends in den Haftraum gestellt, in die Zelle gestellt. Und er saß die ganze Zeit hier bei seinem Essen. Und er hat auch nichts davon angewagt. Was haben Sie dann so gedacht persönlich als junger Mann, wenn Sie das mitkriegen? Gut, was geht in einem vor? Wie stark, wie willenstark muss so ein Mensch sein? Welche Energie steckt in dem drin? Und das färbt auch ab auf den ganzen Umgang hier mit ihm. Vor der Zelle saß ständig ein Beamter. Der Terrorist hatte keinen Kontakt zum Mitgefangenen. Die Zellen neben, über und unter ihm waren leer. Am 9. November 1974 verschlechterte sich sein Gesundheitszustand. Als er verstorben ist, ist er mittags, hat er ja noch Besuch gehabt von dem Rechtsanwalt Haag. Hin ist er noch selbstständig gegangen. Die Rückführung, die war schwieriger, da mussten wir ihn schützen. Stunden nach dem Besuch, kein Lebenszeichen mehr aus der Zelle. Und dann sind wir hier in den Haftraum. Er lag hier auf dem Bett. War für uns regungslos. Aber da hat der Diensthabende Beamte gesagt, da rufen wir mal den Arzt. Und als der dann kam, sagte er, er ist tot. Er tut euch nichts mehr. Holger Mainz wog bei seinem Tod noch 39 Kilo. In Sichtweite liegt der offene Vollzug der JVA. Hier sitzt der 71-jährige Ferdinand K. Wegen Anlagebetrug und Steuerhinterziehung zu fünf Jahren Haft verurteilt. Seine erste Haftstrafe. Ein Schock, der sein ganzes Leben zerbrechen ließ. In diesem Jahr teilt sie mir mit, dass sie einen anderen Mann kennengelernt hat und zu dem hin ist und zu dem hingezogen ist. Ich bin 20 Jahre verheiratet. Und tatsächlich war ich dreimal in der Zeit, wie ich im Festbau war, stand ich nachts davor und wollte mich wirklich aufhängen. Ich konnte auch einfach nicht mehr Feierabend, da war ich sehr verzweifelt. Also es ist immer noch so, dass es mir sehr weh tut. Immer noch kommen mir manchmal Tränen, wenn ich daran denke. Aber ich muss mich ja damit abfinden. Einmal Regelausgang, bitte. Ja. Dankeschön. Drei Stunden, stattgebild mit Verlassen, bis später. Drei Stunden Regelausgang sind erlaubt im offenen Vollzug. Es gibt vereinzelt mal Gefangene, die nicht damit zurechtkommen. Wir hatten ganz vereinzelt Gefangene, die sogar freiwillig darauf bestanden haben, wieder zurückzukommen in den geschlossenen Vollzug. Andere haben natürlich über die Stränge geschlagen. Und sobald uns diese Sachen auffallen, geht es zurück in den geschlossenen Vollzug. Er gehe nicht mal mehr über eine gelbe Ampel, sagt Ferdinand K. Nie wieder will er mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Er ist einer von 25 Gefangenen, die im offenen Vollzug an die Freiheit herangeführt werden. Ich bin mit einem Fuß quasi schon in der Freiheit drin. Und wenn ich mich anständig benehme, dann kann ich auch dann demnächst, das heißt im nächsten Jahr, im Juni, komme ich dann ganz in die Freiheit rein. Haben Sie was gekauft in der Stadt? Nein, ich habe nichts gekauft. Irgendwas getrunken? Das habe ich sowieso nicht. Ich habe gar keinen Fall. Alles gut. Bis später. Tschüss. Alkohol ist streng verboten. Direkt gegenüber liegt die Justizvollzugsschule. Hier werden die Anwärter in zwei Jahren zum Vollzugsbeamten ausgebildet. Psychologieunterricht mit einer praktischen Teamübung. Der Zollstock soll auf den Boden gelegt werden. Alle müssen die ganze Zeit gleichzeitig den Kontakt halten. Es geht darum, die Teilnehmer, die Anwärter in eine Stresssituation zu versetzen. Und zu schauen, wenn Konflikte entstehen, wie die Gruppe mit den Konflikten umgeht. Warum drückt der denn hoch? Wer drückt die nicht so hoch? Ich bin locker. Ist nämlich gar nicht so einfach, wie es aussieht. Wer läuft denn? Man hat immer das Gefühl, dass der Nachbar den Meter hoch drückt. Und das regt einen dann schon auf. Wie hat die Gruppe die Übung wahrgenommen? Wie lief's? Man hat ja ein Ziel vor Augen. Man will ja den Stock auch runterkriegen. Und es ist natürlich ärgerlich, wenn's nicht klappt am Ende des Tages. Später. Ein Teil der Anwärter hat noch Prüfungen. Auch Sebastian Schell, Pädagogik, steht an. Gut vorbereitet? Ja, auf jeden Fall. Noch mal so die letzten Vorbereitungen jetzt durchlesen, dann klappt das. 20 Minuten später. 20 Minuten später. 15 Punkte bestanden mit einer Eins. Sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Na gut. Glückwunsch. Vielen Dank. Fünf Monate noch. Dann hat Sebastian Schell die Ausbildung geschafft. Zurück im Haupthaus. Wenn der Tagesablauf es zulässt, dürfen sich Gefangene hier in der Drogenabstinenzabteilung zusammenschließen. Umschluss heißt es, etwa im Kickerraum. Neun Monate noch, dann kommt Xaver P. frei. Es ist seine erste Haft. Ich bin mehr so ein Einzelgänger. Ich brauch die Nähe zu Menschen nicht so unbedingt. Also, ich bin auch so aufgewachsen. Also, natürlich, Mutter, Vater, alles war da, aber diese Nähe war nie da. Und jetzt hab ich diese Nähe zu anderen Menschen auch nicht, außer zu meiner Lebensgefährtin. Es ist nicht leicht, im Gefängnis eine Lebensgefährtin draußen zu haben. Das ist sehr... Viele, viele Leute oder viele Gefangene haben vorher schon Schluss gemacht mit der Frau oder mit der Freundin, weil sie genau wissen, das wird nicht funktionieren. Du bist auf Stillstand. Das ganze Leben ist auf Stillstand und draußen geht das Leben weiter. Eifersucht gehört immer dazu. Das ist das größte Thema. Das ist... Was macht die Frau? Ist sie jetzt da? Oder ist sie jetzt zu Hause? Du kannst sie nicht anrufen nach elf, du kannst das nicht machen. Jetzt sitzt mit... Das spinnt dein Kopf. Kommunikation nach draußen. Die alten Telefone auf dem Flur sind verwaist. Denn jeder Gefangene hat ein eigenes Telefon in der Zelle. Mit bis zu zehn Nummern darf telefoniert werden. Hallo, mein Schatz. Guten Tag. Grüß dich. Na, wie war die Arbeit? War gut? Ist alles gut gegangen? Bis elf Uhr abends dürfen Gefangene nach draußen telefonieren. Ja, es zerbrechen unglaublich viele Beziehungen. Man bekommt das natürlich auch so mit von anderen Mitgefangenen, die darunter sehr, sehr leiden, sehr psychisch leiden. Ich zum Glück kann wirklich nur sagen, dass ich mich glücklich schätzen darf, dass meine Freundin bei mir bleibt. Wegen Fahren ohne Führerschein und Cannabis-Besitz ist er verurteilt. Ja, wenn man 20 Jahre lang Gras graucht, dann irgendwann ist die Abhängigkeit doch da, auch wenn man sich das vorher nicht eingesehen hat. Manfred Behringer bringt einen Gefangenen zur Kleiderkammer. Jason P wird entlassen. Er hatte eine Geldstrafe nicht bezahlt. Deshalb die Haft. Ersatzfreiheitsstrafe heißt das. Auschecken. Draußen warten Job und Freundin auf ihn. Schon aufgeregt? Ja. Wie lange waren Sie hier? Ich war jetzt zweieinhalb Monate hier, also 27 Tage geht es überschaubar. Und jetzt geht es erstmal wieder die Kleinen anholen. Ja, das ist natürlich wichtig. Freundin oder Tochter? Tochter. Also quasi Stieftochter so. Meine eigene. Wie alt? Die ist jetzt fünf Monate. Das erste Mal in Haft gewesen? Ja. Und es ist ein Schock? Es fühlt sich schon anders an, wenn ich schön hier in deinem zugehe. Und dann bin ich Ihnen alles Gute für draußen. Danke schön. Und dass wir uns hier dringend wiedersehen. Genau. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Servus. Schon wieder ein angenehmes Gefühl hier draußen sein zu dürfen. Sie sehen viele wieder, gell? Ja, sehr, sehr viele. Aber es gibt immer wieder welche, bei denen ist das so prägend, die erste Haft. Die sagen wirklich, sie kommen nicht mehr. Und die sieht man dann auch hier drin nicht mehr. Aber es sind viele, die haben kein Problem mit. Da gehört es dazu, so nach dem Motto, man hat mich mal wieder erwischt. Dann sitze ich wieder eine Zeit lang. Und es gibt welche, die begleiten mich mein ganzes Vollzugsleben. Schichtende für Manfred Behringer. Ein ganz normaler Arbeitstag in der JVA Wittlich geht zu Ende. Da geht's. Da ist wieder eine Zutof drauf.